Hallo, 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 hier aus meinem Sportkeller. Ich halte mich kurz und sage, los geht's nach dem Intro. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, wenn man es geschafft hat, ist alles gut. Währenddessen ist alles kacke. Das war mein heutiger Sportvlog. Heutiger Sportvlog hier aus meinem Sportkeller. Ich sage, cheerio mit Sophie, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich muss jetzt in die berühmte Eisdorn. Bis dann. Tschüss.